Frau Professor Jeschke, welche Hürden müssen Sie als Technologie-Start-up im Bereich Quantentechnologie hier in Deutschland, was ja hierzulande so ein bisschen als Nische gilt, überwinden? Also tatsächlich würde man außerhalb von Deutschland und Europa die Frage anders formulieren. Quantum Computing ist keine Nische. Das hat man in China längst erkannt, das hat man in den USA längst erkannt. Wir sehen hohe Forschungsaktivitäten. Tatsächlich ist Quantum Computing wirklich the next big thing. Das kann man vergleichen mit KI-Revolutionen vor ungefähr zehn Jahren. Und Sie haben vollkommen recht natürlich mit der Frage andererseits. Deep Tech-Investoren in Europa zu finden ist sehr schwierig, nicht nur für dieses Gebiet. Und selbst innerhalb der Deep Tech-Investoren erleben wir eine gewisse Risiko-Aversität. Die Deep Tech-Investoren möchten am liebsten vorher komplett sicher sein, wann sich welche Technologie und welche Hardware durchsetzt. Und das ist aktuell überhaupt nicht leistbar. Was braucht es denn Ihrer Ansicht nach in Deutschland, damit sich mehr Technologie-Start-ups an den Markt wagen und damit daraus auch tatsächlich eine Erfolgsgeschichte wird? Wir sollten aufhören, die Modelle der USA und angrenzend vielleicht auch China zu kopieren und unsere eigene europäische DNA nutzen. Wir haben hervorragende Wissenschaftler, wir haben hervorragende Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Und aus denen heraus müssen die Start-ups kommen. Das ist eine andere Situation in den USA. Da suchen die Investoren eine Gruppe von 25-Jährigen im Master direkt nach dem Master, die das nächste Start-up nach vorne treiben. Wenn man aber auf die Professoren, Abteilungsleiter schaut, die bereits 15, 15 Jahre Erfahrung in ihren Gebieten haben, dann bringen die so viel mehr Wissen, so viel mehr Kompetenzen und auch Management-Skills ein. Wir müssen mit unseren Start-ups von diesen Wissensträgern abspringen. Wie beurteilen Sie denn die Fähigkeiten unserer hiesigen Universitäten, aus Forschungsergebnissen auch marktfähige Produkte zu machen und eben auch marktfähige Unternehmen? Wir haben vier sehr, sehr stabile Säulen als Grundlage in Deutschland. Eine funktionierende Wissenschaft, funktionierende Wirtschaft, eine funktionierende Zivilgesellschaft, eine stabile Politik. Das können längst nicht alle Länder von sich sagen. Wir erleben aber eine gewisse Versäulung, die auch strukturell bedingt ist. Und das ist etwas, was wir unbedingt aufbrechen müssen. In den letzten Jahren ist hier viel passiert. Zum einen dadurch, dass viele Förderprojekte Transferinstrumente mitentwickelt haben und dadurch eine stärkere Bindung von Wissenschaft und Wirtschaft erzeugt haben. Auch auf der europäischen Ebene ist viel passiert. Fonds sind aufgesetzt worden, die genau diese DNA, dieses Gründungsgen in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen adressiert, wie beispielsweise durch den Fraunhofer Transferfonds. Aber man muss natürlich sagen, das sind kulturelle Entwicklungen, die wirken nicht über Nacht. Herzlichen Dank, Frau Professor Jeschke. Ich bedanke mich ebenfalls.